Hallihallo Hallöchen Freunde und ja gleich mal zur Info am Anfang, in diesen Haaren wird heute noch ein Vogel brüten, nein Spaß beiseite, ich teste gerade so ein bisschen den Fuß oder Fuß-Bot für euch ein bisschen, weil den letzten Stream kam ja die Frage auf ob wir nicht mal wieder einen Bananenheiß starten können bzw. einfach diese ganzen Befehle und so wieder einführen können wie wir es ja vor einem Jahr schon mal hatten auf Twitch, und wer zum Beispiel beim Zwerg ab und zu mal die Streams geguckt hat, der ich glaube der weiß auch von was ich rede, der benutzt es ja schon ein bisschen länger, also den Bot auch, und bis jetzt schaut auch alles ganz gut aus, ich muss es nur irgendwie noch so ein bisschen verfeinern, genau und dann wollte ich euch noch fürs Wochenende informieren, gibt es wieder ein paar Streams, ich habe zwar jetzt überlegt vielleicht heute schon so einen zu machen, aber ich glaube ich schaffe es einfach mit dem Bot noch nicht ganz, ich habe jetzt heute auch wieder Uni, von dem her komme ich erst auch ein bisschen später nach Hause und dann bin ich wahrscheinlich fertig wie Sau, und ja, dann sind eben die Streams fürs Wochenende geplant, mit dem Bot hoffentlich, ich denke ich kriege das auf jeden Fall hin bis Samstag, ja Samstag, Samstagabend so, ja Samstag Nachmittag und Sonntag denke ich mal werde ich auf jeden Fall streamen, und wir streamen dieses Mal nicht Total War, sondern mal wieder eine Runde 7 Days to Die, erstmal im Singleplayer, also zumindest wollte ich erstmal im Singleplayer spielen, weil ich habe so gut wie gar keine Ahnung mehr von dem Spiel, ich habe es gestern mal wieder ein bisschen angezockt, und ja, es hat sich ja echt einiges getan, nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch, aber eigentlich eher zum Positiven, also das ist, es läuft flüssiger, es gibt, es ist leichter, also es ist viel einsteigerfreundlicher, finde ich zumindest, und ja, die Zombies sind vielleicht ein bisschen schwerer geworden, also das ganze Verhalten von denen, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, weil früher war es relativ einfach, sag ich mal, in 7 Days einem Zombie zu entkommen, und inzwischen sind die halt um einiges intelligenter, also da hat sich auch in der Richtung einiges getan, und ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und wir sehen uns hoffentlich am Wochenende. Ciao, ciao!